Oh, so. Wir können aber nicht mehr wegziehen. Kann man heute mal lieber produzieren. Ja. Bist schon wieder nüchtern? Ja. Glaube ich irgendwie. Weil das ist groß, wie das jetzt wüsste. Aber sie weiß es nicht. Ich bin zwar nicht sicher. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, naja. Komm, komm komm, komm. Ah, ich bin daobern. Nein, aber ich wollte mal was drauf suchen. Ich guck dir nur aus. Ich bin aber nicht drauf. Nein, aber gar nicht. Nein, ich bin mir. Das schau dir nicht. Das war doch ein neues Brot. Das war doch geil. Heute ein bisschen von Schallengewissen. Das schau dir nicht so auf. Die Leute, die sogar in Deutschland sind. Ich sehe das, die haben eigentlich nicht so auf den Vater gelesen. Oh, heil, 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 heil.